Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wirf dir ein Aachen Ticket und heute habe ich das Spiel, Idle Heroes. Viel Spaß. Okay, ich würde mal sagen, das geht los. Um so 10 Minuten Ticket abzuholen. Ich bin hier eigentlich in meinem ganzen Produkt und gehe hier an der Haltung. Das ist ein bisschen alles hier. Oh, ich bin gar keine Gälde mitteilen. Oh, ich trau mich. Beantragen. Ich will doch nicht beantragen. Ist kein Schnellballtritt? Ach, Mensch. Alles war ein Traum. Oh, danke schön. Mission hat die auch schon fertig. Das läuft ja. Das ist ein Traum. 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 Die Hinsen. Ja, noch nichts gebaut. Ich hab doch schon Sachen gebaut. Ich bin verwirrt. So ein bisschen. Komisch, komisch. Warte mal. Ist doch mein Account, oder was? 35? SDFG? Ist ein anderer Account für mich? Naja, egal. Jetzt bin ich auf diesen Account. Ich brauche auch gar keine Freunde. Ich brauche Freunde, mindestens für mich. Da kann ich die All bei einem Traumdruck. Einzelmal an Server Ressourcen, ja. Ist eins. 2x Wunschpunkt. Einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Oh, ich bin mal an. Ja. Ich brauche einen Hammer. Und einen Gurgel. Ich habe kein Buch. Was? Ich habe nur so wenig Wort? Warte mal, warte mal. Das kann doch nicht so sein. Beschwören. 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 Und noch einmal. Beschwören. Und noch einmal. So. So ein paar Bewerbungen sind. Schau mal. Kampagne. Finde. Und noch einmal. Auf Wiedersehen. An demnach. Und noch einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche sechs Stück. Und natürlich die sechs besten. Oh, das ist ein Krieger. Ich glaube, das ist eine Warte. Ich brauche nicht eine Krieger, aber kein Krieger. Kein Krieger, kein Rennen. So eine Art Schmuck ist das. Bin ich mit den Level 1 so weit gekommen? Ganz komisch. Die waren doch alle auf Level 1. Wie hätte ich das bis dahin schaffen können? Ich weiß es nicht. Hm. Ist die FG. Und dann sterben. Was kostet das? Und dann noch Diamanten. So 1.580. Abfassung. Immer. Kauf. Sack. Gekauft. So ist das. So ist es schon so. Oh, noch Divine Quests. Einmal Freunde und eine Travern. Travern. Ah, ist auch. Was ist das? Oh, 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 oh. 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 14 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 Oh, ich bin auch, was ich findes. Magier, Magier. Ich habe keinen Fall und keine Austilferei gespielt. Und nein. Ist Level 10, muss das gehen? Das sieht so gut aus. Das muss also Level 5 sein. Gut, jetzt Level 6. Hier war bei 20 angefangen. Der Gegner war 20. Der Gegner steigt um ein Level. Oh, das ist gar nichts fein. Wenn ich bei 30 bin, so wie wir jetzt sind, brauche ich mal nach, weil ich jetzt Level nicht brauche. Okay, bestätigen. Ich bin in Level 9 und dann in Level 10. Das war nur weiter. Okay. Ich bin in Level 10. Ich bin in Level 10. Und der letzte. Das ist Level 10. Der Gegner Stufe Level 35. Ich bin in Level 10. Ich bin in Level 10. Ich bin in Level 10. Nein. Jetzt möchte ich Level 11 aufmachen. Ich bin in Level 10 aufmachen. Ich hab nur Asylts prova Nein. Ich hab ja gesehen. Ich habe an Level 11 geklappt. Natürlich werde ich auf das Letze aufhören. Kommt rein. slider niedo. Sechs sind aus. Das war's für heute. Das sind die Preise, dann nehme ich doch Farben ein. So, Koffertrieb. Schmiede ein, 5 Sterne. So, Koffertrieb. Sechs Sterne, 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 Koffertrieb. Okay. Sechs Sterne, Koffertrieb. Zwei Stück. Sechs Sterne, Koffertrieb. Sechs Sterne. Sechs Sterne. Sechs Sterne. Sechs Sterne, Koffertrieb. Sechs Sterne, Koffertrieb. cuechs Sterne. Entschl gooiden. Sechs Sterne ist sonst in der� thought. Cocks. Okay, hier können wir wieder ein paar Hälften zusammen, schön. Ich würde mal sagen, jetzt habe ich genug, neue Leute, dann müsste ich doch jetzt das Tierfeld kriegen. So, Heimittag ist jetzt ein Bonschütze, müsste ich doch haben. Dann Bonschütze, ich habe keine Freunde, die Taverne kann ich gar nicht machen, die Team Taverne. Ich bin doch doof, oder? Nicht persönliche, ach, ein Engel. Bonschütze, die ready haben. Bonschütze, ein oder? Bonschütze, ein oder? Ötja. 3 Sterne und eine Axt, aber was hat das nun hier, und wartet, zack, zack, fertig, zack, fertig, zack, fertig, okay, jetzt findet ihr die letzte, ich habe auch keine Frage, ja, dann haben wir ein paar Leute mehr Fragen, ist doch einer da reisen, das kann ich gar nicht, aber wie, ich, ich hatte ja vorher nur Level 1er gehabt, wie bin ich so weit gekommen, das ist ganz komisch, ganz, ganz komisch, ich weiß es nicht, oh, der 60er ist da, jetzt gehen sie halt auf den 80er, das ist nur Magier, das wird so schnell dauern, naja, war nächstes mal vielleicht, was ist das hier, 8,5, ne, also, ich habe ja einen Anfang, dafür mir jetzt noch die Freunde, den Shop haben wir gemacht, den Prophetenbaum, die Insel, bei der Insel brauche ich, noch Material, Abenteuer, Start, einfach alles rein, knallen, ja, egal, ich habe sie noch zu früh, jetzt, ich konnte, ich habe so wenig Diamanten, ich habe so wenig Diamanten, ich habe so wenig Diamanten, mit den anderen habe ich mal verloren, das ist gut, jetzt kann ich schon mal bauen, was ist das sehr gut, wenn es an die Kphin Dutch geht, was ist das blöde zu? schtapp, 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 schtapp schtapp Ok. Ja, eine Diamante mehr. 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 Ja, eine Diamante mehr.